Wir haben einiges an Wohlmaterial noch aufgelegt, wo es auch neu ist, haben wir auch jetzt beide Sachen. Wir sind alle da und stehen jedem Rede und Antwort, wie es um unser Programm ausschaut. Ich bin heute drauf gekommen, dass vor allem der Verkehr, mit den paar Leuten, mit denen ich geredet habe, schon tatsächlich ein Problem ist. Nämlich nicht nur wegen der Sicherheit, sondern auch wegen dem Lernen, was man gar nicht so bewusst ist, weil es hinter die Bären lang härtet ist, aber ich habe mit ein paar Leuten geprägt, die da mehr an der Bundesstraße waren und die sind schon relativ warm. Und ich glaube, allein wenn wir das Tempo da wieder runterkriegen, wird man da schon einiges erreichen.